Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Christian von EarthTrail. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist für euch. Ohne euch wäre der Kanal nicht da, wo er ist. Bald knacken wir die 1000 Abonnentenmarke. Ich freue mich da irre drüber. Hätte ich vor einigen Monaten noch nicht dran geglaubt, dass das jetzt doch so schnell geht. Anlässlich dazu gibt es ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel geht bis zum 31.01.2022. Wie das funktioniert, was ihr machen müsst, erfahrt ihr nach dem Intro. Vielen, 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 vielen Dank an alle von euch an der Stelle nochmal, die in irgendeiner Form mit dem Kanal interagieren. Egal, ob ihr jetzt nur ein Video schaut oder den Kanal abonniert oder ein Like da lasst oder einen Kommentar schreibt. Völlig schnuppe. Ohne euch würde das nicht funktionieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich hier nur sende und da niemand da ist, der auf Empfang geschaltet ist. Also vielen, vielen Dank. Kurz zum Gewinnspiel. Also es geht um den 7-Tage-Survival-Intensivkurs. Da gibt es einen Gutschein dafür, der ist 660 Euro wert aktuell. Den Gutschein könnt ihr für drei Jahre einsetzen. Den könnt ihr selbst einsetzen oder ihr könnt ihn an irgendjemand anders weitergeben. Der ist also nicht an eure Person gebunden. Der 7-Tage-Kurs selbst ist einer unserer geilsten Kurse. Ihr seid sieben Tagen komplett draußen in der Natur. Wir haben verschiedene Spots in Lindo, das ist in Brandenburg, auf einer Insel und in der Feldberger Seenlandschaft. In Mecklenburg. Manchmal sind wir im Schwarzwald, manchmal sind wir auch ganz woanders. Also das wechselt immer. Ihr habt da freie Wahl. In der Regel machen wir zwei Kurse im Jahr. Also wenn ihr den Gutschein in der Hand habt, macht es auch Sinn, euch dann direkt anzumelden. Ich wünsche euch an der Stelle in jedem Fall schon mal ganz viel Glück, dass ihr der Gewinner oder die Gewinnerin seid. Und ich freue mich dann auch mit euch zusammen in ihrem Lagerteuer zu sitzen, einfach mal eine Runde zu schnacken. Genau, ist also ein geiler Kurs, der zum einen daraus besteht, ich sag mal so die Survival Basics zu lernen. Unterkunft, Wärmerhalt, Feuererzeugung, Wasseraufbereitung, Nahrung aus der Natur, Orientierung, Gelände und und und. Also ganz viele Dinge. Dann ist der zweite Teil, um den es ganz, ganz stark geht, daher auch das Intensiv. Das ist die intensive Erfahrung zu machen, sei das jetzt die Witterungsbedingungen, die irgendwie in Auffallen einwirken. Sei es eigene Grenzen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Sei es die Grenzen der Gruppe, mit der man sich auseinandersetzen muss. Sei es Grenzerfahrung in irgendeiner Form. Also ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass jemand rausgegangen hat und gesagt hat, ja, easy. Also es ist wirklich ein intensiver Kurs. Ihr solltet da auch fit sein, körperlich fit sein, auch geistig fit sein, damit ihr den Kurs gut durchstehen könnt. Es geht darum, an die Grenzen zu gehen und auch über die Grenzen hinaus zu gehen, an den Grenzen zu wachsen. Der dritte Komplex bei dem Kurs ist einfach die Gemeinschaft, in der man lebt, für diese sieben Tage. Ganz unterschiedliche Charaktere, die da zusammenkommen, am Lagerfeuer, über was auch immer sprechen, interagieren müssen. Die sieben Tage funktionieren nur, wenn man zusammenarbeitet. Das ist ein Riesending, was da seine ganz eigene Dynamik mitbringt. Da ist auch jeder Kurs anders. Die Teilnahmebedingungen für das Training sind wie folgt. Ihr müsst über 18 Jahre alt sein, also beziehungsweise 18 oder älter. Weiterhin müsst ihr auf unsere Website gehen, www.earstrail.de. Da gibt es einen Newsletter-Button, den einfach mal klicken und den Newsletter abonnieren. Dann müsst ihr den Earth Trail YouTube-Kanal abonnieren, dieses Video liken und in diesem Video in der Kommentarfunktion ein Kommentar hinterlassen, warum ihr gerne an dem Sieben-Tageskurs teilnehmen möchtet, warum ihr da die Richtigen dafür seid. Wir werden das dann am 1.2.2022 per Zufallsprinzip, also den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmen. Und dann wird es im Laufe des Februar noch ein zweites Video geben, wo wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt geben. Dann kriegt ihr das postalig zugeschickt und könnt es dann eben drei Jahre einsetzen. An der Stelle will ich es doch gar nicht weiter ausdehnen. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Sei es jetzt am Feuer oder beim nächsten Video. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.